herzlich willkommen zu unserem shop video wenn ich wie das hier auf dem klar gefallen in zukunft doch keine weiteren videos mehr verpassen wollen können gerne hier ein abo da lassen außerdem bewertet kommentiert unterhalte auch gerne das video und schaut darauf im twitch kanal vorbei und ich würde sagen wir schauen es auch direkt den item shop an und dort haben wir ein neues mode die loser fruit skins und items sind immer noch drin und wir haben zusätzlich heute neues starter pack bzw kam das gestern tatsächlich schon rein ich glaube auf ps4 relativ früh sogar gestern aber auf pc kam es glaube ich erst gegen 18 uhr rein und wie jedes starter paket bekommt man für fünf euro der 4 euro 99 insgesamt 600 wie bugs zusätzlich natürlich einmal hier diesen skin und dazu noch eine spitzhacke und ein backpack ist auf jeden fall finde ich sehr sehr nice aus der skin dann habe ich jetzt nichts ist in der rote jahre skin dann die walt ex lackierung mit dem rally skin dann habe ich als nächstes den bisschen taucher dazu gibt es die kleiner mann verspitzhacke und dann den laser beißer als gleiter ich weiß auch nicht warum ich mir den den gleiter damals gekauft habe ich den gefühlt einfach nie gespielt habe und ich glaube da war tatsächlich auch schon relativ lange hier im shop also ist er mir ein seltener gleiter gewesen aber ist immer wirklich nichts besonderes dann aber zunächst den night rider skin dann die frost glitzerne lackierung dann haben wir als nächstes den neuen davon wart schon die mode sieht auf jeden fall ganz witzig aus jemand so klassisch wie pinguine laufen dann haben wir den high rise trooper noch dann den brutzel meister als die mode dann noch den ersetzt sich doch im mode und dann immer noch die ganzen loser food skins ich weiß ehrlich gesagt nicht wie lange die noch drin bleiben wahrscheinlich schon ein paar tage aber danach werden die wahrscheinlich wieder sehr selten sein ähnlich wie alle anderen skins aus der ikon reihe genauso ist ja auch der ninja sind glaube ich fast gar nicht mehr drin gewesen seitdem er das erste mal drin war auf jeden fall kann man hier einmal alles im paket kaufen bekommt man natürlich insgesamt 800 wiburgs rabatt und dann da sind dann einmal der loser food skin an sich enthalten dazu gibt es natürlich noch ein backpack dann den bärenbeer die mode und dann noch die frucht durch spitzhacken hier ist es besondere dass wenn man schlägt die früchte sich immer weiter lösen irgendwann sind dann eben halt auch gar keine früchte mehr drauf wenn man immer weiter schlägt und wie gesagt das kann man sich natürlich auch alles einzig kaufen und das war es dann auch schon mit heutigen shop video ich hoffe es hat sich gefallen und bis zum nächsten video